Josef Tumbrink ist der Nächste in unserer Runde, ist jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden, auch Sie erstmal herzlich willkommen, Herr Tumbrink. Wie sehen Sie das, was hier passiert, wenn man es jetzt böse zuspitzt, haben wir gehört, das was da gerade gesagt worden ist, ja auf der einen Seite wollen wir es gerne, aber wenn es zu teuer ist, wollen wir es dann nicht. Wie wirkt das auf Sie? Das ist erklärbar, aber das ist natürlich eine Diskussion, wo sich manche um ihre Verantwortung drücken. So und das ist der Konflikt, den wir natürlich sehen, haben wir ja gerade klassisch sozusagen gesehen, das sich herumdrücken. Wir alle wissen, wir haben eine Aufgabe, wir müssen dekarbonisieren, also wir müssen Energie einsparen, das wollen wir auch alle. Und die Frage ist, wer trägt welches Päckchen, was macht der Staat, was setzt er für Grenzen und wie können wir das auch kostengünstig natürlich erreichen. Wir sind ja die Letzten, die sagen würden, naja, okay, da wird jetzt der letzte Cent da noch rausgepresst, um noch irgendwo eine Kilowattstunde da reinzuholen. Aber die Aufgabe ist so immens, dass wir da alle gefordert sind, dass wir auch klare Rahmenbedingungen, glaube ich, brauchen für den Bestand, aber auch für den Neubau, die auch verlässlich sind für die nächsten Jahre, damit man auch wirklich planen kann damit. Und natürlich ist Energie anscheinend immer noch so günstig, dass das nicht die große Rolle spielt, aus eigenem Antrieb eben da was zu machen. Lassen Sie uns anfangen, vielleicht bei der Planung, beim Flächenverbrauch, das ist ja ein anderes großes Thema, so ist die Frage, wo gehe ich hin? Habe ich jetzt immer Platz, dahin zu gehen, wo schön die Sonne scheint oder muss ich auch dahin gehen, wo es ein bisschen schattiger ist? Dann habe ich aber andere Probleme, also erstmal Flächenverbrauch, wie sehen Sie das? Das ist natürlich für die Umweltverbände das Riesenthema auch, wie viel Wohnraum müssen wir schaffen, wo kommt der hin? Und Fläche ist nicht vermehrbar, wir brauchen Ackerflächen, wir wollen da Biodiversität haben, wir wollen auch Menschen ernähren. Und das sind nur noch 50 Prozent unserer Landesfläche, das ist noch Acker. Und den geben wir als Umweltverbände nicht her. So, Punkt. Also da kämpfen wir einfach, da kämpfen wir drum, da kämpfen wir drum, dass die Landschaftsschutzgebiete freigehalten werden, dass man möglichst eben in den Innenbereich geht, dass man aufstockt etc. Also dass man diese Möglichkeiten wirklich vorrangig nutzt, weil eben diese Fläche nicht vermehrbar ist. Das ist uns einfach ein wichtiges Thema. Natürlich ist es einfach, auf so einem schönen Acker mal eben in der Sonne zu bauen, als auf so eine belastete Brache vielleicht zu gehen, die vielleicht noch im Schatten irgendeines Gebäudes liegt. Aber das ist zwingend für Nordrhein-Westfalen. Das ist nicht vermehrbar, die Fläche. Und das ist uns ein wichtiges Anliegen, einfach das irgendwo hinzubekommen. Und da sind die fünf Hektar und die LEP-Auseinandersetzungen. Schade, da hat man eine Chance verpasst, finde ich, nochmal eine ganz klare Grenzziehung auch seitens der Landesregierung zu machen. Aber die Schlacht ist geschlagen. Na gut, immerhin bleibt das Ziel bestehen und es gibt den Anspruch als Grundsatz. Und wir wissen, da sind wir genau bei der zweiten spannenden Frage, die wir gerade aufgemacht haben. Jetzt gehen wir auf Sie ein. Wir gehen dahin, wo es schattig ist und wo es ein bisschen schwieriger ist, weil wir nicht in eine schöne Sonnenfläche gehen wollen mit der Wiese oder mit dem Ackerland. Und müssen wir da dann die gleichen harten Ziele erreichen? Oder sagen Sie, das Argument der Wirtschaftlichkeit, was gerade eingeführt ist, naja, also da können wir schon an irgendeinem Punkt mal nachdenken. Können wir oder können wir gar nicht? Natürlich können wir das. Also wenn das Leben nicht auch noch aus Ausnahmen bestehen kann, zu einem Teil, dann sind wir am falschen Platz. Und die Frage ist ja, wo gibt es eine Ausnahme? Und Ausnahme ist Ausnahme, nicht Regel. Und das muss der Grundsatz natürlich sein. Aber das können wir uns auch vorstellen, das können wir uns ja auch als Gebäudeallianz vorstellen, mehr im Quartier zu denken, nicht im Einzelgebäude zu denken. Oder auch von der Fragestellung zu kommen, ja, was ist denn mit CO2? Es ist ja schon vom Vorredner angesprochen worden, die Langlebigkeit der Gebäude, die Wiederverwendbarkeit, der Einsatz von Holz natürlich auch. Die Frage der Materialien spielt eben auch eine Rolle. Nicht alleine nur der Blick auf den Energieverbrauch. Aber wie gesagt, Ausnahme muss Ausnahme bleiben. Wer definiert das und wer macht das? Ist das dann die jeweilige städtische Behörde, der wir da diese Verantwortung geben und sagen, da muss es eben im Quartier machen? Mir fällt gerade ein, auch Stichwort rollstuhlgerecht oder behindertengerecht, dass man das vielleicht über solche Quartiersfragen eher regeln kann, als über den Einzelfall. Also gerade was Einzelgebäude betrifft oder auch ein Quartier betrifft, finde ich es sehr gut, wenn die Kommune entscheidungsrelevant hat. Es gibt andere Fragen, natürlich Steuergesetzgebung oder auch Flächenverbrauch, wo man auch einer Kommune sozusagen Daumenschrauben ansetzen sollte. Aber die Frage, welches Gebäude, welche Gebäudezusammenhänge zu sehen sind, wie man das regeln will, Nahwärme, Fernwärme spielt da ja auch zum Beispiel mit rein. Klassisch auch eine kommunale Aufgabe. Da muss die Kommune auch ran. Die muss Eigenverantwortung auch da eben wahrnehmen können. Also wir können nicht alles von oben regeln. Da gehören die Rahmenbedingungen, ganz klar, die Ausnahmen. Die muss man aber auch vor Ort dann entscheiden können. Und das finde ich schon sehr wichtig, weil ich glaube auch, es ist viel Engagement vor Ort da. Auch für Klimaschutz, auch für Entwicklung einer Stadt, die lebenswert ist, die das eben in Einklang belegt. Frechen Verbrauch, Energieeinsparung und eben gutes Wohnen. Die Leute sollen ja möglichst auch kompakt wohnen. Das muss dann natürlich auch irgendwo attraktiv sein. Wir wollen ja keine Zersiedlung haben. Was wir übrigens an Innovation City sehen, dass sowas gelingen kann. Ja, das ist doch toll. Da haben wir in Nordrhein-Westfalen wirklich einen Exportschlager auch. Ich finde das wirklich wichtig und das auch verfolgenswert eben, dass so mit Innovation City der Rollout da ist. Da machen wir auch mit als Naturschutzbund, weil wir auch noch ökologische Aspekte reinbringen wollen. Das hat ja auch was mit Lebensqualität zu tun. Und da muss man auch mal sagen, NRW ist stark auch an der Stelle. Und da kann man nicht nur immer in Sack und Asche gehen, sondern wir haben eine Herausforderung, wir haben aber auch Lösungen in NRW. Und da bin ich auch stolz drauf. Jetzt haben wir gerade gehört von denjenigen, die die Bauten planen, ausführen. Eigentlich brauchen wir sehr viel individuellere Lösungen, als wir das vielleicht in der Vergangenheit hatten. Weil individuell findet man dann meistens noch irgendetwas. Könnte das ein Schlüssel sein? Das ist doch der Punkt. Wir setzen Rahmenbedingungen. Wie viel Energie will ich einsparen oder muss ich einsparen? Und dann gibt es ganz viele kreative Köpfe. Und dann gibt es Wettbewerbe, ja. Und dann sollen unsere Ingenieure und Ingenieure, die Architekten, die sollen mal zeigen, was sie können. Und die können auch eine Menge, glaube ich. Aber sozusagen immer nur dann zu sagen, wo ist die Schwierigkeit? Das finde ich irgendwie, ist doch keine Herausforderung für unsere Leute, die da aktiv sind. Sondern es muss eben auch klare Zielsetzungen geben. Die müssen auch immer anspruchsvoller werden. Und ich bin überzeugt, das können die dann auch schaffen. Dann müssen sie eben auch mal innovativ sein. Und ich glaube, da ist Wettbewerb eine Herausforderung, wo sich dann auch gute Ideen dann mal zeigen können. Als wenn das sozusagen alles 0815 vorgegeben, geplant und gebaut wird. Wenn die Menschen es noch bezahlen können. Gleich kommt Frau Gottschalk. Genau, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Da ist aber auch dann der Staat an einer anderen Stelle gefragt. Bei der Frage, Sozialwohnraum zu schaffen. Bei der Frage, wie kann ich helfen, dass also auch dann bei der Miete eben noch der Zuschuss höher ist. Also da, wo ich es schaffen muss, eben Menschen mit geringem oder keinem Einkommen eben auch noch günstig unterzubringen, ihnen auch die Energiekosten ein Stück weit abzunehmen, ist natürlich auch, Staat gefragt, sind wir gefragt, letztendlich über unsere Steuerzahlung da auch zu einem Ausgleich zu führen. Das ist eine klassische Aufgabe dann auch von Verteilung und Umverteilung. Herr Thunbrink, herzlichen Dank, Sie nehmen Platz in unsere Runde. Dankeschön. Applaus Dankeschön. 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 Dankeschön.